Die zweite Runde beginnt im Ranked-Modus. Ich habe gerade die gleichen Waffen und alles, okay. Was ist das denn? Das zwei oder was? Headshot, Headshot. Es ist ein bisschen lustig, Commentary zu machen, während ich hier auch spiele. Bei Battlefield fand ich das irgendwie nicht so... Das ist so unfair gerade. Ich glaube, mein Team ist ein bisschen besser, kann das sein? Da ist einer hinter dir. Double Kill. Wo muss ich hin, Alter? Achso. Hä? Re-arrive. Nice. Flag captured. Ah. Nice. Face off. Die Soundeffekte sind so gut in dem Game. Guck mal, hier habe ich ungefähr 50 FPS. Ist ja noch schlimmer geworden. Lol. Das kann doch nicht sein. Wie viel HP hat der? Schimpanse. Haha. Der hat zwei HP oder so. Ich hoffe, in der Aufnahme ist es nicht so ruckelig jetzt. Ich muss schon sagen, ich spiele recht gut gerade. Oh, da sind es gerade nur so Anfänger. Ich muss Global Elite spielen. Ich bin sogar nicht mal... Achso. Ah, ich habe... Ah, okay. Okay. Das kann jetzt aber nicht sein. Ich glaube, der hat mir einen Headshot gegeben, deswegen. Aber wie gesagt, ich glaube, mein Team ist richtig gut gerade. Nicht wie das Team vorhin. Oh, fuck. Der ist da hinten. Ich glaube, der hat es nicht hinbekommen. Ich glaube, die wissen nicht, was die drücken müssen, oder? Wieso geht mein Zoom weg? Ich glaube, die drücken. Wenn wir uns aufhören, spartan. die sie wie sie es fühlt sich gerade an als hätte ich 5 FPS oder so ich muss mir mal ein paar andere Videos ansehen wie man FPS bekommt der ist einfach aufgarten was los mit dem also wir haben noch fünf minuten zeit um 5 0 gg würde ich sagen an der stelle hat echt spaß gemacht also ich werde noch ein paar runden weiter spielen hoffentlich kann ich auch ein skin freischalten wie sieht denn gerade nur ich bin erster aber ich habe zweimal gecaptured ich glaube deswegen ist ganz lustig das game oder ich glaube wir verlieren gerade kann es sein ja ich hab den doch mir gefallen die sauneffekte in dem game